Ich habe jetzt so viele Haare auf dem Kopf, oh mein Gott. Es war die ganze Zeit geplant und gestern habe ich es durchgezogen. Ich habe mir nämlich Gottes Locks machen lassen. Ich war die ganze Woche ziemlich krank und habe dann den ersten Tag, wo es mir ein bisschen besser ging, gleich genutzt, um mir die Haare machen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, jetzt geht es mir wieder ein bisschen schlechter, aber dafür hat es sich gelohnt. Ich war wieder beim Afro-Shop meines Vertrauens und diesmal hatte ich ganz genaue Vorstellungen. Das haben wir dann erstmal besprochen und dann ging es auch schon los. Mir wurden wieder Boxbraids geflochten und dann die Locks eingehekelt. In den Locks wurden dann noch offene Haarsträhnen eingehekelt und so sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen viel aus. Die Kopfhaut muss sich nämlich erst dran gewöhnen und die Haare werden sich noch legen. Aber dann Leute, macht euch bereit für richtig geile Frisuren.